Ja, mach die Graubrot schon wieder ihre Tuchübungen. Langweilige Hähner. Ich kann ja noch hören, liebe Frau Hausmeisterin. Ups. Ja, was liegt denn da? Ein ausgleitschter Herrenschuh. Von Nick. Komm, ist der neue Witter im Haus. Schon lasst doch alles. Ich bin ja in der Schuh da gehört. Herrenschuh, kreuz 44. Wahrscheinlich eher noch. Waschen schneiden, Dauerwelle. Was? Dauerwelle. Oma Wiese, Dauerwelle. Schneckerl ins Haar. Steckerl? Ich holt meine Haar von die Steckerl. Ich bin doch gerade nicht. Ja, der Fasch ist gewohnt. Oh, wo haben wir schon geschossen? Ich, ich sag zu allen, die. Und Schusserl, tu ich nicht mit so Polundermaintern der Du anst. Ja. Haben Sie sich schon eingelebt? Es zückt ein bisschen durchs Fenster. Aber ich lege immer Strufhosen da vor. Jetzt nicht, nicht dass Sie glauben, ich trage Strufhosen. Den Tipp habe ich von der Oma Wiese gekriegt. Ihre alten Tage nicht mehr stemmen müssen. Die Firma Putzi, Flick & Co. übernimmt ab nächstem ersten alle Hausmeisterdienste. Die Kosten werden selbstverständlich gerecht auf die Mieter verteilt. Hochachtungsvoll. Nein! Bis zum nächsten Mal.